Ja, Herr Locke, Sie sagen, wir beleidigen Sie. Erst heute haben wir beleidigt worden, dass wir von Moskau finanzierte Giftmischer sind. Putin-Freunde, Volksverräter, Brunnenvergifter, Parlamentsverächter, wir werden ständig beleidigt. Und Sie machen das ganz super. Sie trauen den Spieß um, aber Sie beleidigen uns bis aufs Mark. Also, Herr Locke, nochmal. Wer beleidigt da wen am häufigsten, das dann Sie machen. Und wenn Sie das jetzt machen, dass Sie das durchdrucken, dann würde ich mich fragen, wenn Sie hier an unserer Stelle waren, sollen wir mir da gar nichts dagegen sagen, weil wir genau wissen, auf was das abzieht. Also beleidigt werden wir von Ihnen, aber auch bis auf Schärfste. Und ich glaube, ich hoffe, dass dort der Präsident einschreitet, wo es uns heute Frau Schafrung geschmackt hat. Weil das geht nicht. Das ist zutiefst zu verneinen. So etwas dürfen wir nicht machen. Und Sie stellen sich da hin aus, ja, wir werden beleidigt, die schlimme AfD. Sie vertrauen das Ganze. Und das sollten Sie mal nachdenken. Sie sind ja kein Dummer nicht. Ja, für manche Menschen ist die Wahrheit einfach unerträglich. Vielen lieben Dank.